Image Rap ist weg und wir dagegen sind real Ich muss nur Mitstände sehen und danach schlägt der Alarm Mir kommt Gesellschaftskritik Oder was nicht passt in Sachen Welt und Politik Hab den Überblick und bin die Gegenstimme, sind die Normen mal daneben Würde manche Fälle auch mit Worten gerne regeln So äußere ich Kritik ziemlich friedlich Kann mich sofort äußern, sobald du mir den Beat gibst Es kann sein, dass die Dinge nur Erwachsene verstehen Aber dennoch leg ich Wert darauf, die Fakten oder Themen deutlich rüberzubringen Kein Gelaber, sondern lediglich die Worte, wie ich sie im Herzen trage Außerdem brauchen wir auch ganz klare Wege, um Rassisten oder Mobbern Bald das Handwerk zu legen Brauchen eine Wette, mehr Actionen und ich zeig, dass ich gar nicht daran denke Dass ich vorher schon schweig Solange mich ein Umstand belastet werde, die es niemals schaffen Mich im Mund tot zu machen, denn ehrlich kommt von Ehre Mal ist etwas Abstand gesund, doch ich nehm die Massenblatt vor den Mund Was ist die Nadel der Engelste? Was ist die Nadel der Engelste? Also meinst du mir!